Uli Hoeneß ist da und die erste Frage natürlich Gratulation, wie haben Sie und der FC Bayern diesen Deal denn hingekriegt? Ja, ich glaube, dass das die falsche Reihenfolge ist, ich und der FC Bayern. Ich glaube, das war eine Gemeinschaftsaktion aller Führungskräfte von Karl-Heinz Rummenigge über Matthias Sammer und Karl Hupfner und ich und ich denke, wir haben da gemeinsam seit vielen Monaten daran gearbeitet und ich glaube, am Ende haben wir ein sehr gutes Endprodukt rausgeholt. Ein Endprodukt, das alle jubeln lässt, auch die Liga. Für die Bundesliga ist das ja ein unglaubliches Zeichen. Ja, das ist sicherlich richtig. Ich habe noch nie so oft Gratulation entgegennehmen können auf der Straße von wildfremden Leuten, die uns gratulieren und die sagen, das ist ja unglaublich. Also der Pep Guardiola hat schon einen Ruf und eine Renommee, das ist unglaublich. Wie schwer war es denn, denn er konnte sich ja die Vereine aussuchen? Ja, natürlich ist es nicht leicht, aber er hat es uns nicht schwer gemacht, weil er von Anfang an gesagt hat, dass er sehr gerne zum FC Bayern käme, dass er sich das vorstellen könnte. Und wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die in diesem Fall nicht das alles Entscheidende waren, einigermaßen hinzukriegen sind, könnte er sich sehr gut vorstellen, beim FC Bayern zu arbeiten, weil er glaubt, dass der FC Bayern einer der wenigen Vereine ist, bei denen er mit seiner Philosophie zurechtkommt. Trotzdem 22 Millionen Angebot pro Jahr von Abramowitsch von Chelsea ist natürlich ein Wort. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass er beim FC Bayern nicht 21 verdient, sondern ein bisschen weniger. Ich glaube, er hat bei uns auf sehr viel Geld verzichtet. Aber ich denke nicht, dass er deswegen jetzt ein Sozialfall wird. Und ich bin ziemlich sicher, dass er auch bei uns mit seiner Familie, die ja relativ groß ist, gut essen kann. Und ich denke, das hat mir unheimlich gefallen, dass das eigentlich kein Thema war, das die Sache hätte verhindern können. Trotzdem, Sie sagten mal, das wird nicht einfach. Auch von den finanziellen Rahmenbedingungen. Ist es der teuerste Trainer, den der FC Bayern je hatte? Ach, wir reden ja nicht über Einzelheiten. Ich glaube, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist in Ordnung. Er hat einen unglaublichen Ruf. Er bewegt vieles, von seinem Namen her. Und ich denke, dass er ein junger, dynamischer Trainer ist, mit vielen Ideen, mit einem unglaublichen Elan. Und ich habe ja gemerkt, als ich ihn getroffen habe, dass er brennt, dass er wieder was arbeiten will. Dieses halbe Jahr hat offensichtlich schon gereicht, dass er jetzt unruhig wird. Und das wird uns auch gut tun. Wie haben Sie ihn denn kennengelernt? Wie ist denn so die persönliche Begegnung? Er kommt ja wahnsinnig sympathisch rüber. Ja, ich persönlich kenne ihn ja natürlich von den vielen Spielen. Aber ich hatte mal so ein kleines Schlüsselerlebnis zusammen mit Karl-Heinz. Ich glaube, vor zwei Jahren, als wir den Audi Cup hier in München gespielt haben, da hatte seine Mannschaft gerade Pause. Und da kam er hoch zu uns in den VIP-Raum und hat was getrunken und gegessen und so. Im Gehen hat er noch gesagt, I can imagine to work for Bayern. Und dann hat er uns stehen lassen. Und wir saßen da und haben gedacht, das hört sich ja nicht schlecht an. Und das war eigentlich der Beginn dieser Überlegungen, dass wenn wir da eine Chance bekämen irgendwann, dann sollten wir sie auch nutzen. Und hat Sie nicht abgeschreckt, dass die ganze Welt ihn gejagt hat und dass man gesagt hat, ja gut, wir beim FC Bayern sind zwar ein guter Verein, aber wahrscheinlich kommt er doch nicht. Ja, wir haben ja nie versucht, hier Dinge in die Waagschale zu schmeißen, die andere reinschweißen, nämlich Geld. Das war nie ein Thema, dass das für uns eine Sache ist, mit der wir den Deal machen wollen. Das war ganz klar, dass wir gesagt haben, wir haben unsere Grenzen und die sind ganz andere wie die in Manchester City oder in Chelsea oder wo auch immer, weil wir immer versuchen wollen, vernünftig zu haushalten und wir haben eben unsere Pfunde eingebracht. Das ist die Infrastruktur, ein funktionierender Verein, ein tolles Trainingsgelände, eine tolle Gemeinschaft, eine tolle große Familie. Er ist ein sehr familiärer Mensch. Und das hat sich in der Zwischenzeit in der ganzen Fußballwelt rumgesprochen. Deswegen kriegen wir doch den einen oder anderen Spieler und jetzt auch einen Trainer, den wir vor fünf oder zehn Jahren nicht gekriegt hätten. Karl-Heinz Rummenigge, Matthias Sammer gehe ich davon aus und Sie haben ihn sicher getroffen. Zusammen, einzeln? Waren das verschiedene Begegnungen? Wir haben ihn nicht so oft getroffen. Karl-Heinz hat ihn mal getroffen und ich habe ihn mal getroffen. Und ansonsten liefen die Gespräche alle über seinen Bruder und einen Berater. Es waren natürlich viele. Ich war bei diesen Gesprächen fast nie dabei. Das ist ja Sache des Vorstandes, diese Dinge zu machen. Ich bin ja mehr für die Stimmung zuständig und er wollte mich mal kennenlernen. Und diesen Wunsch habe ich ihm natürlich entsprochen. Wir wollen natürlich wissen, wann, werden Sie nicht ganz verraten. Aber Sie haben ja Ihren Geburtstag in Lenzerheide gemacht. Da war er gerade in Zürich, eineinhalb Stunden entfernt davon. Gab es da so eine Begegnung? Nein, die Begegnung war nicht in Zürich, sie war in New York. Schöne Stadt. Ich liebe sie. Hatten Sie da schon das Gefühl, es könnte klappen? Oder war es da schon passiert? Da wusste ich, dass er kommt. Trotzdem ist natürlich der FC Bayern, hat Martinez verpflichtet. War das schon so ein Transfer? Den wollte er ja auch mal, dass man auch ihm ein Zeichen zeigt, wir können auch die Spieler, die du willst, holen. Ich glaube nicht, dass wir einen Martinez verpflichtet haben, um anderen zu zeigen, dass der FC Bayern Geld hat. Wir haben da dem Jupp Heynckes und dem Matthias Sammer entsprochen, die von der sportlichen Seite überzeugt waren und sind, dass Javi ein super Spieler von uns ist. Das sind wir in der Zwischenzeit auch alle überzeugt. Und das war die Begründung für den Transfer. Und da haben wir in keinster Weise an Pep Guardiola gedacht. Der Transfer von Guardiola ist ja letztlich auch ein Transfer. Glauben Sie, dass das auch Signalwirkung hat für andere Spieler, dass die Bundesliga und der FC Bayern vielleicht im Besonderen dann doch eine Adresse ist, wo man herkommen kann? Ich glaube, die ganze Bundesliga ist heutzutage für viele, viele interessante Spieler, aber auch Trainer eine interessante Adresse, weil wir dafür gerade stehen, vernünftig zu wirtschaften. Bei uns kriegt man pünktlich sein Geld am Monatsende. Das soll ja nicht überall so sein, auch bei großen Vereinen. Und man hat tolle Stadien, man hat tolles Ambiente. Wir haben wenig Ärger mit den Fans. Bei uns wird das immer gleich übertrieben. Das gibt andere Länder, wo es noch schlimmer ist oder viel schlimmer ist. Also im Großen und Ganzen sind die Voraussetzungen für vernünftiges Arbeiten in der Bundesliga fast optimal. Hat er mal Raul erwähnt? Der muss ihm ja auch vorgeschwärmt haben von der Bundesliga. War das auch so und vielleicht auch noch so ein kleiner Tick? Hat der da geholfen? Glaube ich nicht. Ich glaube, Pep Guardiola ist ein Mann, der eine klare Meinung hat. Der hat sich relativ lange schon mit dem FC Bayern beschäftigt. Ich weiß, dass er schon seit August alle Bundesligaspieler von Bayern in voller Länge angeschaut hat in New York und auch analysiert hat. Und als ich ihn getroffen habe, hat er mir über jeden einzelnen unserer Spieler schon große Einzelheiten erklären können. Wann war denn der Deal fix? Ungefähr Herbst oder eher später? Nein, nein. Kurz vor Weihnachten. Waren Sie da ein bisschen unter Druck, das jetzt bekannt zu geben? Ich glaube, ich war immer der Meinung, dass es besser wäre, vor Beginn der Rückrunde alles klar zu machen, weil der Druck irgendwann unmenschlich geworden wäre und diese ziemlich undifferenzierten Meldungen von irgendwelchen Sendern, unter anderem eurer Tochter da in Italien und aus England kam jeden Tag eine Wasserstandsmeldung. Aber der Italiener war anscheinend ganz gut informiert. Ja, aber hat er nur vermutet, weil seine Vereine eben eine Absage bekommen haben. Und das haben sie dann eins und eins zusammengezählt. Aber Fakten hat keiner gekannt. Und deshalb waren wir eigentlich schon gezwungen, das jetzt vor Beginn der Rückrunde alles zu klären. Deswegen gab es ja dieses ganz wichtige Gespräch zwischen Karl-Heinz Rummenigge und Jupp Heynckes, bei dem einfach die ganze Vorgehensweise, was ist und wie geht es weiter, alles besprochen wurde. Da wurde die Marschroute festgelegt für die nächsten paar Monate. Und da hat der Karl-Heinz sicherlich dem Jupp versprochen, das hat er für alle gesprochen im Klub, dass wir alles tun werden, um ihm diesen Abschied so zu machen, wie er ihn verdient hat. Die Mannschaft muss das jetzt gegen Fürth schon mal gleich mal beweisen. Was glauben Sie, was wird in der Allianz Arena los sein, wenn dieses Spiel morgen losgeht? Und was erwarten Sie von der Mannschaft und vom Publikum? Ich erwarte, dass wir alle anfangen aufzuhören, über Pep Guardiola nachzudenken, sondern ich erwarte, dass die Mannschaft und der Verein und die Zuschauer ab morgen, Spielvereinigung Fürth, darüber nachdenken, dass diese Saison noch längst nicht zu Ende ist und wir alle mit Zitronen gehandelt hätten, wenn wir nicht Meister würden. Wann wird Pep Guardiola zum ersten Mal in München aufschlagen? Wird er vielleicht verdeckt schon mit Hut, Mantel, Mütze, Schal irgendwo mal sitzen, ohne dass wir es wissen? Vielleicht morgen schon? Morgen bestimmt nicht und ich glaube auch, dass er vorerst nicht kommen wird, möglicherweise gar nicht bis zum Ende der Saison. Seine Frau wird sicherlich mal rüberkommen, um Wohnungen, Häuser anzuschauen, auch die Schule der Kinder auszusuchen, aber ob Pep kommt, weiß ich nicht. Das wird er mit Matthias Sammer oder Karl-Heinz Rummenigge besprechen und er braucht auch nicht die Spiele des FC Bayern zu sehen live. Er hat einen Fernseher in New York direkt am Central Park, da kann man alle Spiele ganz genau verfolgen. Inwieweit sehen Sie denn jetzt, dass Ihr Lebenswerk der FC Bayern für die Zukunft perfekt aufgestellt ist? Das muss Sie doch auch ein bisschen stolz machen. Ja, ich glaube alle beim FC Bayern können stolz sein auf das, was da jetzt entstanden ist. Und vor allen Dingen dieser internationale Triumph, würde ich sagen, diesen Trainer jetzt geholt zu haben. Aber auch, dass der FC Bayern in der Zwischenzeit in Europa mit seiner konservativen, sehr soliden Finanzpolitik, mit seinem Gehabe nicht mehr Geld auszugeben, als man einnimmt, was ja so ein bisschen schwäbisch und furchtbar konservativ ist, jetzt am Ende doch alle Zweifler offensichtlich beruhigt hat bzw. eines Besseren belehrt hat. Und ich bin ziemlich überzeugt, dass es endlich so ist, dass die Leute erkannt haben, dass nur das die Zukunft, nicht nur im Fußball, sondern in der Finanzwirtschaft auf der ganzen Welt ist, dass man versuchen sollte, konservativ eins nach dem anderen zu machen und zu versuchen, nur so viel Geld auszugeben, als man je einnehmen kann. Ich bedanke mich vielmals. Bitte schön. Merci.